Die Welt ist nicht mehr wie beschrieben in irgendwelchen Essays von Susan Sontag, so das Leiden der anderen betrachten. Das Internet ist das Leiden der anderen. In Zukunft ist die Zukunft irrelevant. Künstliche Intelligenzen erklären das Konzept von Geschichte für obsolet. Wenn Sie mir wissen wollen, ja, wenn Sie mir wissen wollen. Wenn Sie mir wissen wollen, ja, wenn Sie mir wissen wollen.